Ein Punkt auf meiner Bucketlist ist es, einmal im Leben ein Beachbody zu haben. Und damit ich auch tue, was ich mir vorgenommen habe, habe ich 365 Tage Zeit. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von 100 Dinge meiner persönlichen Bucketlist hier auf YouTube. Mein aktueller Punkt ist, ich möchte gern ein Beachbody haben und ich habe dafür 365 Tage Zeit. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier in der Natur stehe mit der lieben Nadine. Nadine ist Fitnesstrainerin und Fitnessmodel. Die gebürtige Schwarzwälderin Nadine Nawaz ist 26 Jahre alt, kommt aus München und sie ist bekannt auf Instagram als Fitnesscoach, Model und Travelbloggerin. Sie wird mir heute ein bisschen helfen dabei und mir ein paar Übungen zeigen. 365 Tage, das klingt natürlich jetzt unfassbar lang. Du als Fitnesstrainerin, ist das denn überhaupt realistisch in der Zeit ein Beachbody aufzubauen? Also in 365 Tagen absolut. Wenn du das nicht schaffst, dann lag es an dir selbst. Eieieiei. Und wie sieht das aus? Du bist irgendwann ja mal zum Fitness gekommen. Ich weiß nicht, wie lange machst du schon Fitness? Also angefangen habe ich mit Fitness eigentlich schon ganz früh. Ich habe mich an vielen Sportarten ausprobiert, aber irgendwie hat nichts so richtig gepasst. Und dann mit 18 habe ich halt angefangen ins Fitnessstudio zu gehen und habe dann entdeckt, ah, das ist es. Und ja, seitdem gehe ich eigentlich regelmäßig und so seit zwei, drei Jahren mache ich es dann auch ein bisschen ernster, konsequenter. Und dann auch mit dem Thema Fitnesstrainer bin ich dann eben dazu gekommen, das Ganze ein bisschen professioneller zu machen. Jetzt die spannende Frage, warum macht man das Ganze? Warum ist für dich Fitness so etwas total Tolles, Befreiendes? Also in erster Linie ist es natürlich schön, weil du dadurch einen Kopf frei kriegst. Das ist eine super Ablenkung vom Alltag, von der Arbeit, vom Stress. Für mich zumindest. Und ein ganz wichtiger Aspekt für mich ist auch die Gesundheit. Mir ist es sehr, sehr wichtig, auf meinen Körper Acht zu geben und dass ich eben gerne in den Spiegel schaue. Und dafür ist es für mich eigentlich einfach, ja, was ganz Tolles, wenn man Spaß am Sport hat und gleichzeitig auch noch ein gesundes Leben führen kann. Sehr spannend. Ich hoffe, ich kann da einiges von mitnehmen. Und wir sind natürlich auch hier, nicht nur um zu quatschen. Man kann ja viel über Fitness quatschen, aber Fitness machen ist das andere. Und deswegen sind wir jetzt hier. Du hast für mich drei Übungen vorbereitet, die jeder zu Hause ganz einfach machen kann. Und ja, wenn ich die kontinuierlich mache, dann kommt dein Beachbody raus? Nicht ganz. Also mit drei Übungen wird es ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall solltest du vielleicht auch so ein-, zweimal die Woche ein bisschen Cardiotraining einbauen, aber dann bist du schon ganz gut dabei. Alles klar. Dann würde ich sagen, legen wir los. Drei Basics, die jeder zu Hause nachmachen kann. Übung 1. Squats. Oder aber auch Kniebeugen. Hierbei gehen wir mit geraden Rücken und gestreckten Armen in die Knie. Und das wiederholen wir 25 Mal. Diese Übung trainiert vor allem den Quadrizeps im Oberschenkel. Und das ist der größte und kräftigste Muskel im Körper. Außerdem wird die Gesäß- und Bauchmuskulatur trainiert. Übung 2. Mit Dips sind hier nicht Leckereien gemeint, die beim nächsten Cheat-Day zum Einsatz kommen. Sondern es handelt sich hierbei um eine geniale Übung für den Oberkörper. Vor allem Bizeps, Brust und Oberkörper werden hier optimal belastet. Man lehnt sich an die Bank. Nun bewegen wir uns mit geraden Rücken und langsam einknickenden Armen nach unten. Auch das wiederholen wir 25 Mal. Übung 3. Lunges. Auch hier wird vor allem der Quadrizeps trainiert. Zusätzlich kommt hier das Training der Unterschenkel. Ähnlich wie die Kniebeuge, jedoch mit Ausfallschritt. Jetzt wird das hintere Bein angewinkelt, bis das Knie fast am Boden ist. Auch diese Übung wiederholen wir im Satz 25 Mal. Alle 3 Basics sind perfektes Training für Bauch, Beine, Po und es ist für den ganzen Körper was dabei. Und das Beste daran, man braucht einfach nichts außer seinen Körper dazu. Mach es doch jetzt einfach mal nach. Spule das Video zurück und starte dein Training. Okay, Nadine ey, du hast es echt geschafft. Ich bin jetzt schon nach den drei Übungen platt. Aber ich glaube es bringt auch schon ein bisschen was. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz ganz herzlich bei dir, dass du mir geholfen hast. Und wenn es euch interessiert, dann schaut doch mal bei der lieben Nadine vorbei. Denn Nadine hat auch für euch ein perfektes Fitnessprogramm zusammengestellt. Und du meinst sogar, dass man das unter einem Jahr schaffen kann mit deinem Programm. Stimmt das? Also je nachdem wie die Voraussetzungen sind, aber mit einem maßgeschneiderten Programm und natürlich einer 1 zu 1 Betreuung geht das Ganze viel schneller. Also wer es wirklich eilig hat, der kann gerne von mir betreut werden und dann schaffen wir das auch schneller. Also vielen, vielen Dank liebe Nadine. Wenn es euch interessiert, dann schaut doch jetzt mal in die Videobeschreibung. Dort gibt es alle Informationen rund um das Fitnessprogramm von Nadine. Und lasst doch ein Abo da, wenn ihr auf ihrem Instagram Kanal seid. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch heute was gebracht. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht auf meiner Bucketlist, dann schaut doch jetzt mal in dieses oder irgendwo taucht es jetzt auf jeden Fall auf. Dieses Video, schaut es euch mal an. Und vielleicht geht ihr auch auf mein Profil. Da gibt es auch viele coole andere Sachen. Findet auch Nadine, oder? Auf jeden Fall. Schaut vorbei. Okay, ihr seid immer noch da. Jetzt müssen wir Puzzlebäume schlagen. Okay, ja.